früh geschossen habe und dachte schon so jetzt haben wir unsere position verraten der war ja auch sehr schnell dauernd aber ich dachte halt das noch ganze team hat auf uns erwartet ich hatte gesehen dass es nur drei leute waren in einem team und zweier team aber du siehst du der nach wie vor nicht wahr durch die twitch oder doch 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 ja das sehe ich ja war ja nur bei trittscher auf jeden fall oben auf dem dach gelandet runter club in der mittleren etage die anhaben die wissen ja sofort wo ich bin wenn die eigentlich ja nicht wissen hier oben auf dem dach ist wieder einer gelandet ich komme erst mal zu dir runter sie kommen bestimmt gleich wieder hier der dach haupt gebäude oder dach anbau haupt haupt ich gehe hoch einer am anbau und bei dir habe ich es doch mal geschafft jetzt hat mich die brand moni noch niedergerafft ich habe so wenig lebensenergie gehabt drei leute da gemacht aber die haben mich ja kaum ich hatte ja immer noch eine ganze platte ich wundere mich weil mich haben die übelst gejagt und waren auch sofort drauf Geld ich muss erst mal platten holen jetzt kann ich meine gehärtete mitnehmen und die pps haben gerade das war gar nicht die deswegen ist die so langsam im zoom nehme ich die ohren mit hier genau ach jetzt ist schon wieder liegen wieder hier immer noch Geld für die ohren oder nö Rangschuhflausel schon wieder stress Klang voll nahe irgendwie aber der Marker ist voll weit weg gewesen ich glaube in dem Tunnel in dem Tunnel war einer runter geschwungen nein einer noch scheiße der holt ihn jetzt gleich hoch einer ist K.O. direkt um die Ecke stark stark fang oh wie viel sind hier noch man scheiße der bei euch oben krass scheiße ich wollte einfach nur in den Scheiß Tunnel drin und im Moment kommt der Idiot da von hinten ich gehe leider jetzt hier hoch versuche ich irgendwie von unten zu kommen wir könnten sie schon drinnen sein Vorsicht schlag alter er kam genau richtig hast du beide? ja ne er hat den anderen ich hau mal einen Cluster hier drauf geil hab ich gar nicht er übelst krass Schritte ne er kommt Gegner ich hab den gut 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 das ist mein Cluster gell boah alter der hätte sie sehen müssen ey ach, schade ey ich hätte gerne hier sehen mein Cluster ist los ja du bist bei ihm wieder ey ach, schade oh was hast du den auch? ne schade ne den hatte ich nicht ne hier hat alles hier liegt einfach alles über uns er findet direkt man geht doch mal nach ich drücke doch schon da draußen vor der dusche sind immer noch welche kannst du erst mal an also gerade gestorben sind da sind nur welche drinnen dusche nicht drüber darüber auf diesen über diese überführung da landet einer hier bei dem fenster hat er den hat er ich habe totenstille ich gehe mal hoch hier oben ist keiner hier kommt er hier kommt er meine güte warum lege ich denn keine platte und ich wollte erst ist dann reinwerfen hätte ich es mal gemacht zum glück kommen schnell noch mal da landen ja ich habe mal noch mit der zone das passt noch mal muss jetzt hier nur nahe des ausgangs landen wo bin ich drauf gegangen weiß dass jemand hier ein springt auch schon wieder ab jetzt beweg dich alter damit fand ich noch eine gasmaske von irgendwo mitzunehmen wo ist denn meine waffe jetzt hier gewesen hier war hier versuch zu dem maids mitzunehmen ja guck mal maske liegt hier leider nicht mehr hier liegt eine maske wo ist denn einer wo ist denn einer mitzunehmen muss der verreckt sein im gas bist du wir sind oben ja ja ich komme du wirst nichts aussehen nein er hustet da dann ist der wahrscheinlich im gas verreckt denke ich mal so maske habe ich auch ich sehe auch wenn wir von der rechten seite kommen über grün sie sind schon los na egal dann gehen wir da lang ja ich glaube die ja warte ja ja das reicht nicht an der wand doch warte mal reicht das wirklich nicht hier an der wand? könnte eng werden hinten am grünen haus da ist mein nächstes abwand 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 gibt es doch gar nicht hat der den da geholt raus? ja wieder grün da ist mein nächstes abwand shipwreck irgendjemand ist gerade hier als tot jetzt ne warum geht der denn da so das ist mein nächstes abwand ich habe ihn gestunnt ja ich auch nochmal Einer ist da außen rumgerannt Ja, die müssen ja hochkommen Da kommt er Mann, du Unten reingesprungen Jawoll Meine Güte, Robert Sind wir Gott Ich hab Angst vor mir selber gerade Wenn du elf Kills gemacht hast Das war jetzt krass Ich hab's nicht gesehen Ich hab ja am Ende gar nichts mehr geholt Aber naja, egal Ich hatte jetzt noch drei Ja, schade, aber elf Kills ist doch super Ja, auf jeden Fall Oh, die andere hat hoch elf Mhm 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 Mhm